Also Aki, um das nochmal mit dem Elysium. Es ist ein Nachtclub für Frauen. Okay, weil im ersten Aten zu klingt das wie Unicorn 2.0. Aber für Frauen. Und da... Ich war da selbst noch nicht. Aber ich war da auch noch nicht. Du kicherst. Ist das... Wäre das was für teambildende Maßnahmen? Ich frage schon Freunde. Ich enthalte mich jetzt gerade meines Kommentars. Ansonsten setze ich mich in den Nesseln. Warum denn? Sag doch. Nee, nee. Nee, nee. Ich sag's jetzt nicht. Was immer du möchtest. Nein, nein, nein. Ich sag's jetzt lieber nicht. Ich will nicht immer wissen, was du sagen wolltest. Ja, ich auch. Aru, hör weg. Er hat seinen Bestrafetag. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen sollst. Was ist der ganze Rest drin? Also, nur, wenn... Wenn die, wenn unsere männlichen Kollegen dann auch da stehen und einmal vor uns tanzen. Oh, ja. Nein, nicht alle. Das darf ich gar nicht. Wenn es abends stimmt. Dann krieg ich das auch aus. Ich weiß. Ja, aber ich so... Und ich möchte auch einen gewissen... Ja, genau. Also, ich möchte auch einen Herrn Maschner nicht unbedingt. Was? Also... Punkt weg. Nee. Weg. Er hat sich gerade im Punkt gemeldet in dem Moment, wo wir... Wenn man vom Teufel spricht. Oh, du Scheiß, wir haben dich beschworen. Oh mein Gott. Du hast das beste Timing aller Zeiten.